Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Erine Devoin. Ich bin Musikerin. Ich komme sehr stark. Leute, Romitan, sie finden mich gerade im Schwimmbad. Und dadurch, dass ich sehr viel Gitarre spiele und eigentlich wenig zu körperlichen Betätigung komme, muss ich auf alle Fälle das mit dem Schwimmen so gut wie möglich nützen. Und ja, ich schaue, dass ich heute so 2-3 Stunden auf jeden Fall hier verbringen kann und einige Längen und Breiten schwimmen kann. Ja, ich nehme meistens sehr viel vor für irgendeine Woche. Aber ich kann dann das leider nicht immer alles ausüben. Aber man muss dran halten und eine Disziplin haben. Und ja, irgendwie wird es schon funktionieren. Auf jeden Fall heute, ich habe auch was zum Trinken dabei. Es ist Wasser in Ausstattingen. Und ja, ich muss schauen, dass ich jetzt das mit dem Schwimmen gut durchhalte und gut regelmässig durchhalte. Ja, es ist heute ein sehr regnerischer Tag gewesen. Und es kommen heute später wahrscheinlich noch ein oder zwei Videos. Und ja, auf jeden Fall, ich befinde mich im Halmbad. Und jetzt dann bald die Längen schwimmen und die Breiten. Und wir werden hier auf alle Fälle fest sein. Und springen vom 3er und vom 1er. Es gibt nur 3er und 1er. Das mache ich nicht. Obwohl ich das kann. Aber ich werde auf alle Fälle das regelmässig für die Längen und für die Breiten machen. Und durchhalten und schauen, dass ich ab heute den Donnerstag, ab heute, dass das im September, Oktober, November so gut weitergeht. Und dass ich es weiterführen kann. Und ich kann euch dann auch mal mehr zeigen von körperlicher Betätigung sozusagen. Und da ist eben bei mir unter anderem Schwimmen dabei. Und ja, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns vielleicht später nochmal. Ciao.